In diesen Tagen vor Ostern denken wir ganz intensiv über das Leben nach. Ostern ist das Fest des Lebens. Vor wenigen Tagen hat das Frühjahr begonnen und der Winter führt noch ein bisschen Rückzugsgefechte. Es hat sogar noch beim Frühlingsbeginn geschneit. Aber wir wissen, gerade wenn wir die Natur betrachten, auch wenn da eine Schneedecke drüber liegt, dahinter wartet das Leben. Und das ist so ein Grundtenor in unseren Betrachtungen, wenn wir über den Menschen nachdenken. Auch wenn manches verdeckt ist, dahinter wartet das Leben. Darunter liegt die Kraft und das Potenzial. In diesen Tagen feiern wir auch Geburtstag Viktor Frankls. Er war der, der an dieses Potenzial im Menschen auch hinter einer psychischen Störung oder einer körperlichen Erkrankung geglaubt hat. Und wir dürfen diesen Impuls von ihm ganz übertragen auf unser Leben. Wenn wir an diese Kraft des Lebens glauben, dann kann es sich entfalten. Dann kann es auferstehen und dann kann was Neues draus werden. Das sind die Impulse, die ich Ihnen zu diesem Osterfest und immer wieder, gerade wenn wir im Frühling, über das erblühende und wachsende Leben nachdenken wünsche. Die Impulse